Joko, mein Lieber, wir müssen dich verabschieden, und zwar macht es in dem Moment, Hazel, du gehst in die Katakomben, zurück in deine Umkleide und ziehst dir mal einen frischen Schlüpfer an, Zähne putzen, Pull out, ab ins Bett, ne? Ja, oh, genau. Großes Applaus, bitte. Mach ihn fertig für mich. Ein zweites Mal. Stopp! Aber dann oben. Verfatz dich von der Länge! Tschüss! Jetzt geh! Tschüss, Joko! Schöne Ruhe, stark! Mach ihn fertig! Sorry, ich hätte sehr gerne mit euch die letzten Show verbracht. Ich weiß, auch ihr mit mir. Ja, du bist ein deutscher Axel Schulz! Ach, Mann! Nee, jetzt geht's zu schnell, weil warum kann ich die Antwort, weil ihr zu schnell geht? Ihr Schweine, ich hab jetzt auch noch gesehen! Joko Basai, dann haben wir was zu machen! Mann, ich hab Bloch im Kopf! Du siehst unfassbar traurig aus! I hope you're burning hell! I hope you're burning hell! Stellen Sie sich eine Welt vor, in der peinliche Antworten in einer Quizshow zu Chancen werden. Und pure Dummheit uns nicht zurückwirft, sondern uns tatsächlich antreibt. Wir haben uns diese Welt nicht nur vorgestellt, wir haben sie geschaffen. Wir präsentieren den Trottelantrieb. Jeder Ihrer Fehler, jede Ihrer peinlichen Antworten verwandelt sich in wertvolle Energie, mit der Sie Ihr Auto tanken können. Mit dem Trottelantrieb sind Sie der Wegbereiter einer neuen Ära der Energiegewinnung. Und ein Antrieb? Dummheit! Lassen Sie Ihre Dummheit die Welt antreiben und verwandeln Sie Ihre Fehltritte in einen energetischen Siegesschritt. This must be the dumbest thing I've ever seen! Yes! . . Musik . Bis zum nächsten Mal.